Ja, ich habe Wasser, Energie, Feuer und Wasser. Du würdest nur 100 Sätser fragen? Zeig mal ein paar Sachen, also ein paar Waffen von dir. Warte, schau. Okay, warte, welches Blitz am Damsprenger Müll kann... Ja, hast du nicht mehr? Ja, ich habe heute nur noch 230, warum die sind, glaube ich, bis zu Löffel, weil die auch voll Löffel ist. Ja, okay, dann die ganzen Sachen für 306er, Totengräber, Fuleji und Wasser. Okay, machen wir auch das, ne weiter, zwei Dampfer... Achso, da ist ne 130er dabei, machen wir noch ne 82er, oder? Warte, ich muss sie kurz aus meinem Lager holen, warte kurz. Weil ich hab sonst ne eine, die, äh, recht kaputt ist, deswegen. Von den 82ern halt. Soll ich dir was sagen? Scammer wurde gescammt. Kommt auf YouTube. Ja. Sag mal kurz leise, ich mach grad Video. Also. Warum scamst du? Du hast Alex 9344565 gescammt. Sag mir nur warum. Bist du traurig? Aber bist du traurig, sag mir das. Okay, bevor das hier eskaliert, das war nur ein Prank. Ja. Das ist schon. Hab ich dir?